Link! Zurück! Nein! Idiot! Nein! Wir werden alle umkommen, wegen dir! Und außerdem werden sich meine Zuschauer total langweilen, weil... Moment. Wieso zur Hölle ist meine Magieleiste so weit unten? Sag nicht, dass Dienst Flammen entfernt, nur ein bisschen viel Feuer, äh Magie absorgt. Weil dann wär's ein bisschen doof. Okay, der Schädel dabei ist natürlich die Fackel. Nein. So, jetzt lasse ich los. Ich lasse alle Knöpfe los. Wenn er jetzt weiterzieht. Gut. Das war's. Okay. Und wie soll ich da rüberkommen? Und, oh Gott. Nein. Nein. Interessant. Hier geht's auf keine Plattform. Nope. Nix. Nada. Niente. Niete. Halt! Da geht's lang. Da, da, da. Da, da, da. Da ist ein Durchgang. Und eine Fettereisentür. Okay. Na, ich denke mal, dieser Tempel wird mich noch ein bisschen fordern. Oh, das war überhaupt nicht klar. Wirst du zur Hölle? Glaub mir, ich... ...hasse diesen Tempel... ...glaube ich jetzt schon. Okay, 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 okay. Alter. Hier der zweite Raum. Da gibt es... ...ein Text. Im Übrigen... ...brauchen wir hier eigentlich gleich das Auge der Wahrheit, denn... ...die... ...Krüge... ...Krüge sind mehr als andeutend. Oh, oh mein Gott. Nicht ehrlich. Okay, äh... ...Auch der Krug... ...deutet... ...etwas an. Cool. Ein bisschen Magie. Nicht schon wieder, oder? Nein. Nein. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich hasse ihn. Get away from here. Weg hier. Äh... ...ich mag dich nicht, ich mag dich nicht. Ich... ...hab dich. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay, ich hab ihn getroffen, ich hab ihn getroffen, ich hab ihn getroffen, ich bin doof. Diese Hände nerven, und zwar... ...ich sagt ihr wie. Oh, Gott. Das ist... ...nuch... ...nett. Hö, hö. Ich... ...schol... Wenn das keinen Schaden macht, dann erkläre ich die Feuerfeile hier absolut für das Nutzloseste von Welt. Es ist nutzlos. Wie jetzt? Normaler Attacke oder was? Ah, ein Bäm. Okay, normale Attacke ist irgendwie schlauer. Sick, sief, tot. Geil. Der Kampf ist easy. Oh Gott. Vergiss es. Aber jetzt ist es doch so einfach. Hätte ich das... Achso, die wachsen nach. Okay, gut, okay. Ach ja, normale Attacke machen ein bisschen mehr Schaden als die Sprungattacke, weil man mit der gar nicht trifft. Sick, sick, sick. Und die droppen immer wieder was. Oh, schön, schön, schön. Ah, in die Mitte. Ah, weg hier. Okay, ähm... Das Nachwachsen gefällt mir nicht, aber... So schwer ist der Boss jetzt schon grad nicht. Oh, wow. Das war sehr schwer. Lass mich ran, ich krieg sowieso nur ne Truhe mit, na... Dungeon-Karte oder sowas, aber sonst... Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie... ... was Großes krieg. Dungeon-Karte? Was? Leitsch die... Ich kriege jetzt das Dungeon-Item. Ich kriege jetzt das Dungeon-Item. What's up? Bitte? Ich habe noch nicht mal... Ich habe noch nicht mal... Halt die Klappe. Ich habe noch nicht mal die Dungeon-Karte bekommen. Hab schon das Dungeon-Item? Sag mal, was haben sich die Entwickler hier eigentlich gedacht? Ich meine... Bitte? Bitte? Und ich meine, den Boss habe ich schon mal besiegt. Und der... Der war jetzt nicht grad schwer. Vor allem mit dem Master-Schwert. Aber gut, wir haben hier Fliege... Fliege... Stiefel und... Die können wir doch gleich mal anziehen, oder? Oh, wir haben alle Stiefel. Äh... Holz-Schwert haben wir nicht mehr. Gibt, glaube ich, doch ein magisches Schwert oder sowas. Gleitsstiefel. Bin ich damit langsamer? Schon. Scheint so. Auf jeden Fall nicht so doll. Weil, ähm... Okay, das ist aber geil. Das ist echt geil. Weil mit den Lederstiefeln... Da stoppt man schneller. Kann sich da runterrutschen. Ihr... Oh, ich kenne mich doch... Wow, das ist irritierend wie Sau. Nicht getroffen. Interessant. Feuerpfeile für den Arsch. Machen wir nicht mal Schaden. Ja. Äh... Feuerpfeile machen also kein Schaden. Jetzt. Jetzt habe ich getroffen. Das lebt doch. Das sehe ich doch. Das Auge ist doch halb aus. Gib den Hammer her. Den hammer ich rein. Ah... Minno, 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 Minno. Oh, scheiße, scheiße. Oh, kacke. Wenn man wie jetzt... Moment, nee, Quatsch. Ich muss ja Bomben nehmen, oder? Wieso sagt der Bomben ausgerüstet? Ah, weil Bomben ausgerüstet sind. Ach so. Getroffen? Getroffen. Höh, bringt nichts. Höh. Nicht getroffen. Das ist mehr als getroffen. Was? Eine explosive Distanzwaffe. Tut mir leid, aber ich habe leider keine explosive Distanzwaffe. Und, ähm... Also, ich habe eine explosive Distanz... Okay. Hier lang. Aber... Ja, äh... Ich kann es nicht besiegen. Darf man so sagen. Oh, Gott. Oh, ich wurde total weggeschlagen. Fall in die richtige Richtung. Meine Physics Engine ist genial. Oh, gut. So. Ähm, ich glaube, das war der vorletzte, oder so weiter? Ich habe, glaube ich, noch einen gesehen. Was? Was? Diese Mauer, sie teilt mir etwas mit. Sie flüssert mir zu. Willst du mit einer Fähre in fremde Gefilde reißen? So drück näher. Ja, ich konnte mir denken, dass das passiert, aber... Die Frage ist, war es richtig? Und da komme ich sowieso nicht runter. Danke, Spiel. Sie sind ein Arschloch. Offiziell. Also wieder hoch damit. Okay. Also wieder hoch damit. Okay.